Hallo, was geht ab Leute, der Hung hier. Endlich mit Auflösung. Machen wir es kurz und knapp. Eine Menge werden leiden. Einer wird sich freuen. Es gibt hier diese Seite. Deswegen habe ich gesagt, ist eigentlich vollkommen egal, was ihr da reinschreibt. Es haben echt eine Menge geschrieben. Dorfspieler, bla bla, gib mir den Account, weil sie Dorfspieler sind und niemals so einen krassen Account haben werden. Zweites Argument, sehr überraschend. Zweite Begründung, für die kleine Schwester. Also das habe ich so oft gelesen. Das ist die kleine Schwester, den er kommt, bekommen soll. Und, ich habe das jetzt vorhin schon probiert, es ist egal, wie viele Kommentare man hinterlassen hat, es zählen nur einzigartige Kommentare. Was ich eigentlich schade finde, weil mir macht es nichts aus, wenn einer, der tausend Kommentare hinterlassen hat, dann eine bessere Chance hat. Weil wenn er sich die Mühe macht und tausend Kommentare hinterlässt, dann hat er den Account eigentlich auch verdient. Weil manche, die haben nicht mal gecheckt, wie man da teilnehmen und gewinnen kann. Die haben das auf jeden Fall nicht verdient. Aber egal, labern wir nicht so lange rum. Losen wir das aus. Hier. Hoffentlich wird alles aufgenommen. So, bam, 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 bam. Echt eine Menge Kommentare, überraschenderweise. Da sieht man es, einer hat 160 Kommentare hinterlassen. Habt ihr es gesehen? 210. 7, 4, aber zählen tut nur einer. Der mit den 200 Kommentaren, der war krass. Hier seht ihr es, 3.904 Teilnehmer sozusagen. Unterschiedliche Kommentare. Dazu kommen ja noch die, die mehrfach kommentiert haben. Pick the most liked, oh, most liked recent comment. Das hätten wir auch machen können. Der mit den meisten Likes auf den Kommentaren klickt es. Aber ich hab gesagt, random. Los geht's, Moment. 2730 Comments plus Replies. 29 Seiten. 4 Minuten zu verschenken. Alles klar. Und der Gewinner ist Jonas oder Jonas Sam. Einfach nur ein Punkt. Bestes. Perfekt. Ich hab gesagt, ihr könnt reinschreiben, was ihr wollt. Und ihr könnt mitmachen. Perfektes Beispiel dafür. Du kannst dich bei mir melden. Aber nur über die YouTube Nachricht. Weil über Facebook, Instagram oder so. Kann jeder behaupten, dass er Jonas Sam ist. Deswegen nur der mit dem Account Jonas Sam, der mich anschreibt, klickt den Account. Das war's von mir. Wir haben möglicherweise noch einen Account zu verschenken. Hat mich ein Zuschauer angeschrieben, dass er einen hat. Da ist ein hunderter Blue Gear Shiny drauf. Also richtig krass. Mal schauen, ob wir das noch machen. Und da hab ich noch so ein Angebot von so einer Seite bekommen, die ein paar Bot-Accounts hat. Darüber können wir auch nochmal reden, ob ich da dann ein paar Sachen nehme, bekomme und dann verlose. Muss ich mal überlegen, weil das ist eher grenzwertig. Aber danke fürs Vorbeischauen. Danke fürs Mitmachen. Wie mal liken, subscriben, kommentieren. Check die anderen, wie es ist ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Check den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist dir das Business.